das magus von wiko feuerwerk gibt es im shop bei bürowep.de zu kaufen feuerwerk das ganze jahr sechsteilig zwei bombenrohre zwei kleine kontänen und größere 12 einmal da war es nicht so beeindruckend die performance von der zeit waren die klasse 1 vulkaner von kuba hat ja gerade wirklich um einen besser die waren ja fast wie ein keller besou das war ja gerade mal geruße auf 8 cm so dann haben wir hier, ah das ist ne shot tube, ne der war aber zum ablauf nur dann nehmen wir auch die beiden anderen in der hand dann schneiden wir da auch alles raus ja erstmal hier crazy 1 ja wieviel dran haben die? 17? dann haben wir die erstmal naja ich glaube das set ist keine klare kaufe empfehlung ich glaube auch jetzt machen das jahre eindruck davon maniac bisher die größte beziehungsweise die größte in dem sortiment mit 27 gramm so wahrscheinlich sogar die mit der höchsten NREM gleichzeit ja auch mit einzelrohr drin in der mitte oder? richtig muss ja alles ein bisschen größer wirken als es ist ne? mhm auch gekocht mit so oft so so k so 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 die höhere in dem hat man hier tatsächlich auch gemerkt die erste das ist an der seite Ja, dann müssen wir wohl für den zweiten weiter weg gehen. Oh, füsch-effekt.